Halli, hallo, 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 herzlich willkommen, heute, äh, das ist ein Penner, auf jeden Fall sind wir heute hier, äh, mit ein ganz ein paar Leuten, wir sind heute hier mit Erdblock, ja, mit, mit ganz vielen, äh, Leuten aus der Community, ich hab einfach mal im Discord Bescheid gegeben, dass, äh, dass wir hier auch mal ne runde Masterwilder spielen, ey, lad die doch alle ein, da haben wir ne volle Runde, das wirst du schon, mach das doch, ja, äh, keine Ahnung, aber jetzt sind die wirklich als Zuschauer, die sehen, die, 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 die ja weil er hat unterstrich block lisa wie heißt die die heißt 00 das ist die lisa oder keine ahnung der blockers erd unterstrich block er so ja deswegen ja es ist schon drin wer ging es denn noch alles sakura sind genug ich glaube ich ja ich glaube wir sagen dass man starten blocky 24 wie heißt ja block 446 okay und ich denke mir ist jetzt ein paar leute wir haben es jetzt 18 also hast du mir solo oder oder dieses schwere irgendwas ja das ist das profi modus ok los ok ja ich glaube wir fangen jetzt einfach mal an wir sind zehn leute das ist ein erstes mal oder ich glaube der erst noch keine ahnung das ist das ist das ist allerdings alle zehn leute aber es kommt noch sechs randoms ja keine ahnung es muss nicht voll sein oder muss voll sein na ja 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 ich glaube ein party slash game kann man nicht irgendwie starten nee 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 ich glaube nicht ich glaube es dauert noch ein bisschen bis es voll ist auf jeden fall gucken wir uns erstmal die so die ganzen leute an die mercy die wie schau mal schau mal schau mal der hier ist cool der baut gerade ein projekt für mich es gab ok und sakura hat eine mikro battle map gebaut die spiel mit dem nix der ist auch cool und alle anderen sind und der ist blocky der ist auch cool und der 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 hier der hier der hier der hier der stinkt der stinkt ja wollte ich stress cool 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 pass auf pass auf schau jetzt was hat er geschrieben der hat nicht geschrieben bei mir jetzt bin ich ja mal gespannt es geht los drei zwei eins welches thema nehmen wir denn wir nehmen ja klar ich weiß nur fliegen so baut mich auf chaos hatte ich das mal was willst du und ja glas wollen noch du brauchst ja ronja du musst ein bisschen selbstvertrauen haben du kannst das selber gut genug bauen ne ich meine in micro phoenix hat man schon gesehen wie dein baum war dein haus und der boden den du nicht gemacht hast zehn minuten zeit das ist das ist mehrst genug verschönert oder so ja ronja du kriegst das schon hin ich glaube an dich also ich glaube auf persönliche ach ja ich mach jetzt die sounds ein bisschen besser so so ich glaube ich auch wir müssen sogar zehn minuten zeit gell das ist richtig ja ich finde das richtig angenehm wenn man zehn jahr aber nicht zu bekommen da man keinen zeitdruck ich warte mal einen zeitdruck aber jetzt mit zehn minuten baut euch die schönste fliegen die insel die wahrscheinlich ist das so eine abstützende insel du hast irgendwas mit zehn minuten letztens gemacht gell so zehn eine sekunde eine millisekunde ja ja keine ahnung so zack 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 okay meine insel sieht nicht so cool aus so zack 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 ach leute ich weiß jetzt nicht genau jürgen kann ich glaube ein bisschen besser bauen als ronja ronja kann leidens so gut bauen wie ich hättest du sagen sollen ja ja ich hab wirklich ganz fröhlich so oft build battle gespielt und hast so oft verloren ich hab wirklich ich hab wirklich ich hab wirklich ein video von äh was war das das war ganz bis 2016 das war vor drei jahren warte ich hab schon so ein 2 euro mikrofon ok pass auf ich werde dir die geilste fliegende insel der welt bauen ok nein ich werde ne ne tubs weißt du was ich weiß wir haben hier ucini und skapixel dabei die sind beide quasi in meinem ja aber ucini warte ich neulich schon mal hier in der lobby aber skapixel ist richtig gut ja also ich bin gespannt was der raus hat weil der ist ein pro bilder ahaha ein po bilder du machst immer pro bilder also eschون Otto normal hier nochmal bilde so kennst du eigentlich Otto Varkas ja ann Kült offrisk ist nicht oder er ist ottowakas Oh mein gott jullian mein Vaterières hat Otto Varkas mal getroffen die geschichte erzählt er ständig echt ich habe ein auto war jetzt mit dem stein getroffen seitdem habe ich die verfügung getroffen und mein doktor sagt es ist permanent genau ich hasse euch ich hasse euch einfach wie ich hier uchini war hat mir extra ein gedicht gemacht nein 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 ich kann es vorlesen ich hatte es im zweiten monitor pops stinkt daher ist mein erster instinkt dass wenn ich ihn sehe ich sehr schnell wieder gehe deine ganze audienz ist dann verschwunden in weniger als fünf sekunden ich meine sein gestang ich meine sein gestang der macht ja einen ja schon krank erfreut doch auch alles zu verpesten vom osten bis westen deswegen kannst du auch nur träumen also solche leute hat man in der community eigentlich nicht eigentlich habe ich euch das weg genug gegen den wind nein floh habs ist ein kind ja so floh ihr wisst schon das was sie jetzt sagt dürfte nicht mehr verwenden weil das ist dann schon ausgereiht das doch nicht sagen ja lügen darf man nicht sagen weil ich krieg die ganze zeit anfragen von irgendwelchen leuten ich habe ich wollen geschrieben und dort anfragen das leben ist nein ich habe ja im discord guck mal vorbei ach mensch rumkartei ruhig wieder eine million likes nur auf mein bild ich hätte auch gern nicht mehr so viele anfragen das wird lange echt ermüdend für mich recht ok cool er hat das gehört ja ich muss dann immer angeben und endet zwei anfragen auf einmal am besten macht ihr einfach noch neue accounts dann wird das ganz gut bei doppelt hält ja besser neuron ja nein am besten schreibt ihr auch auf instagram und schreibt einfach hallo ich habe einen ja genau ich habe ich habe immer wieder nach wie vorstelle haben sie der instagram direkt nachrichten mittlerweile aus oder und nach hh heim weiß ich jetzt nicht genau und ja musst du glaubt ganz lieb sein damit das wieder funktioniert verboten wobei einfach block drauf ich habe keine sorge ich bin ja pro bilder ich ja genau so sagt wer sind nicht so gut funktioniert ja kein spaß meines ist hier wirklich gut das sieht richtig aus ich würde auch ich würde auch lieber so ich wünsche ich könnte auch einfach in real life einfach hingehen irgendwie die sachen zerschlagen daraus ein haus bauen ja einfach wie geil das weg ist an der baustelle geht es einfach eine baustelle klopft auf so beton ein dann hast es abgebaut und ja dann kannst du es kannst du damit ein haus bauen so easy so zack 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 da kommen die es so hin blablabla ach ja was du drückst den stern ja und dann musst du dorthin ziehen bei diesem blog recht oben da musst du das ja vielmehr siehst du auch wenn du drüber havas siehst du das auch ging ja jörn das macht dir vielleicht sorgen aber mir nicht also ich bin ja bekanntlich bekannter auf master wird aus profil na flo kennt man ja anders ja aber sagen wenn ich länger zeit habe dann kann ich auch gut was draus machen ich meine ich bin so ein typ da hast du mir dementsprechend die gut der gute alte rocke ok leute ihr neuer name ronja hat doch schon den namen wenn er heißt doch schon richtig ronndorf ja genau eigentlich zu steigern wolf aus rang also das ist ja vielleicht hat sie kann sich nicht mit ronndorf nicht in die in die richtig barock ne 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 nicht richtig rocco sondern rockner rock rocko oder wie so rocken da rock ja richtig rockner rocken genau dann machst du so metal reviews weißt du so ja ja dann hast du dann dann weiß ich nicht dann dann ist ja auch die achselhaare lang wachsen die jodeln hinter grad wo ich in der schweiz wo ich in der schweiz war autogramm schon haben wirklich welche jodeln ja das ist ja auch weiß ich nicht das sind auch die können das halt auch irgendwo weil ich so wie du bist ja es ist komisch dass ich mich nicht österreicher nein du bist jodler floh für einfach reich das resen nur ein blauen floh aus dann war auf probiert ja ich nein nein das ist das geilste das gibt es im osten das ist eine art quark aber der ist wie muss der schokolade von der konsistenz ist absolut köstlich das ist so geil gibt es in frankfurt ein nicht für dich aber das die beste sorte davon ist statt der teller oder vanille nein das ist das was ich höre sich oder erdbeer ich weiß ich wette du ist doch anders zur pizza ja mach ich auch und ron ja auch ja aber was nicht gut schmeckt ist banane danke mutter für bleibende schäden ja auf jeden fall gibt es halt so richtig viele coole sachen die so extrem viel ja richtig viel cool richtig jawohl so zack 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 hat keine fenster aha mein haus hat wenn es geht hier um die fliegende insel ja aber es ist man sehr weißt auch wir haben noch zehn minuten ich wusste nicht was ich bauen soll ja so zack 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 und er ist immer noch nicht fertig mit dem fliegen im insel teil na ja ich weiß danke ich finde es voll freundlich von dir dass du mir da so unter die arme greifst das so ja so kommt ja noch mpc hin man kann mpcs machen wollen ja wusstest du das schon ja weiß ich aber nicht wie ey kann man äh dings machen wie heißt das ähm der passt nicht genau ähm das ist doch eigentlich ganz cool aus bei mir kann man wenn man ein item so am boden wirft bleiben die da will man was äh ich glaub ich weiß es nicht ich 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 mhm I don't know I don't think so ich mach jetzt so ein extra so ein extra so nice so water machen wir hier noch so ein ding sonst machen wir hier noch water hin ich meine braucht man braucht ja ein bisschen wasser um zu atmen ne kennt man ja nicht anders so schlecht ist meine gar nicht oh oh Schilde funktioniert nicht oh oh Patiki brauche ich noch ja Flo Patiki was denn für Patiki wie macht man denn das ja äh du kannst du kannst auf diesen Stern da kannst du aber das hast du keine Zeit mehr für weil es relativ unübersichtlich ist Ehh Oh Gott Oh Gott Oh Gott 요� dokd欣 so zack hier kommt noch so ne justum mac wasserfall nach unten Alter ey mein sieht echt geil aus meins aufaaa ouais ich hab's nicht bei dir gekommen lol dass das sieht näht sincer mit dem Wasserfall100 lol das� ketag ich werd jetzt von Skarpixeln ich werd jetzt von Skarpixeln das sieht echt gut aus mit der windmühlen� troll drauf ich glaube das ist von, wie hieß das die Serie früher? Drachenjäger Loil, das ist ein Wimpern, ich seh's gerade erst, loil ja, aber jetzt war Ocini war, oha, Ocini war voll gut ja, der will jetzt ein bisschen braggen, der will jetzt ein bisschen braggen damit oh loil, das ist von Toms Spaß das sieht aber gut aus, ja? Nein, das ist nicht von Toms aber es sieht gut aus, ne? Nein, das ist nicht hä, klar sieht das gut aus Ich geb'n okay, für ein Bier Ich geb'n Legendary, ich geb'n Legendary Ich geb'n okay, ich geb'n Legendary Ich geb'n Legendary also... das ist wirklich von Toms Ich hab'n okay gegeben, okay? Loil, was ist das? Oh loil, das ist schon Drache, lol Oh loil, das kriegt nicht Das war fliegende Insel jetzt, hier mal nicht Drache, kriegt ein super kacka Der Insel wohnt auf der Drache Was denn? Der Insel wohnt auf der Drache Die Augen, die Augen und die Hörner, ey, alle Ja, das sieht richtig nuss Novell Ey, das ist ein random, das ist ein random für euch, ja? Das ist kein zuschauer Ja, ich bin ja mal gespannt, äh... Was ist das? Okay, loil Was ist das? Das ist ein Angry Bird, oder? Das kriegt ein Epic, das kriegt ein Epic Das kriegt ein Kacka Wo siehst du? Egal, ich geb'n okay Ich geb'n okay Das kriegt ein... Na, okay Meins war besser Meins war besser Es ist eine fliegende Insel Ich mein... Er hat das Thema... Er hat so blocky gewonnen Sorry blocky, aber Das war ich nicht so nice Guck mal, der Baum ist richtig gut Oh, dieser war schön gewonnen Ich glaub' Die ist so safe von ohne Wow Zwei ist gar nicht zu schlecht aus Ja, okay Ich geb'n Ich geb'n Ich glaub' ich geb'n kacka Ich glaub' ich geb'n super kacka Ich geb'n okay bis gut Ich glaub' ich geb'n einfach mal super kacka Einfach aus Prinzip Ich weiß nicht die Intuition Sag ich mir einfach, weißt du? Nein, ich geb'n Ich geb'n okay Ich geb'n okay Ich geb'n okay Von mir gibt's auch ein okay Weil... Sieht nicht bad aus Ich nieke auch Ja, ich hab'n gut Oh, loil Oh, ja Ey, das ist von Skapixi, glaub' ich Ich kenn' dementsiviel'n' bisschen, weil er hat mir schon Adventurebbs gebaut Von wem ist's wohl? Ja, die Farm Ja, die Farm Ja, gut, das Haus ist ein bisschen klein Ich geb'n, ich geb'n okay Hm, gut Vielleicht wegen dieser Gasträderung Also ich finde, das sieht nicht mehr aus Geht's Juni Oha, ey voll gut Jeh, den sagt schon gar nichts mehr Oha, ich hab'n gar nicht erwartet Äh, also Leih, bis dato Oh, loil Ich hab' nicht erst mal die Starbezunehung Ich hab'n' eine Erdwohrung Konzept, weiß'a fliegende Insel ich bin gespannt ob ich kriege ich gebe okay die erste form ist ein bisschen komisch ja ich hätte einfach nur ein erdblock machen müssen das ist von scapix ich gebe gut nur für den baum okay damit ich gut gehe weil ich mag diese bäume oder kümmern sie heißt sogar eine osakura wofür hat eben auch gesagt sakura baum die band ist die das gewahrt dann darf ich nur treten auf der games kommt die freundin oder der freundchen von sakura ok benutzt das hat flogen wahrscheinlich das habe ich nicht gemacht ich habe es nicht gemacht aber ich gehe gut das gibt okay das kriegten okay von mir ich finde die verbindung mit dem ding ist doch dieses unterschiedliche blockverhältnis ja das muss die mussten baust du hast eben gesagt dass ich aus dieses kapitel was du ja ein kurzes meisterwerk an das aussieht fast einster aus prinzip gegen nein guckt euch ein meisterwerk ja guck mal das sind die die mit sich haben wir nicht gibt mir leid der will ist ja gefällt mir nicht immer gut gemacht ja der wasserfall mit den effekt unten steht denn sorry warfka ich geb den typen legendary ich geb den typen legendary ich geb den legendär ich geb den typen legendary sorry warfka legendary kommt die gelegen wäre ich bin fünfter 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 jula bieler ist der beste von uns dann ich dann ronny und dann ich fand ich würde und egal wenn du noch was wollt eigentlich coole wenn ihr euch so was gefallen hat dann weiß ich nicht dann machen paar pustelblumen macht die kaputt oder so schlaf schön Bis zum nächsten Mal, was schön ist. Tschau.